Der Taktik-Shot-Atom-Klanzis-Rhein-Bosex-S-I-E-G-E-Anführungszeichen wird in Kürze die sogenannten Verstärkungen der laufenden S-A-I-S-O-N-Anführungszeichen erhalten. Auf der offiziellen Seite haben die Verantwortlichen die kommenden Änderungen und Überarbeitungen enthüllt, die mit dem kommenden Patch erwartet werden dürfen. Unter anderem werden die Entwickler einige Operatoren überarbeiten. Der Verteidiger Kapkan wird in Zukunft fünf Zugangssperren tragen, die noch schwerer zu sehen sind. Die Laserschranken sollen am Ende überhaupt nicht mehr zu sehen sein. Allerdings werden die Zugangssperren den Gegner nicht mehr mit Garantie töten. Stattdessen werden sie nur noch 60 TP-Schaden verursachen. Kapkan erhält auch eine höhere Geschwindigkeit.